Ich schwörs euch Leute, irgendwann werde ich so ein Rentner sein, genau so. Hm? Was machst du hier? Was machst du hier für meinen Vlog? Hm? Weg hier, weg hier. Schmutz. Weg hier, was machst du da hinten? Hm? Hm? Meinberg, mein Vlog. Genau so und nicht anders, ich schwörs euch. Genau so. Hm? Das ist mein Vlog, weg hier. Hm? Wäschig, 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 wäschig. Die, meine Freunde, was geht ab? Wir haben jetzt Wasserzähler bekommen, ganz schlimm. Davor immer voll Wasser in den Badewannen reingemacht hier. Wann siehst du? Davor hab ich immer richtig wasservoll geknallt und guck mal jetzt. Guck mal weg jetzt hier, was? Geh mal weg jetzt hier, man. Guck mal an jetzt. Aua, mein Herz tut weiiiih! Erstmal einkaufen, entspannt. Bessere Gefühl. 6,49 Euro fand ich. Was ist das? Wer das erzählt, was das ist, kriegt ein Zehner. Ein Zehner, wer weiß, was das ist. Entschuldigung, wer als erstes in die Kommentare schreibt, was das ist, kriegt ein Zehner. Von mir direkt bei PayPal. Allah, meine Nase wird frei sein. Meine Meister, mach dich mal zu. Ich muss auch mal hier ganze Laden suchen. Ah, sie hat gar keinen Bock. Sie hat gar keinen Bock zu arbeiten. Was? Sag noch mal. Hör auf, sieh, wie es läuft. Ich fühl wenig weh. Ich hab mir was Neues gegönnt, Alter. Ich hab mir was Neues gegönnt und darauf sitz ich grad. Guck mal, was ich mir Neues gegönnt habe, Alter. Einen Fellhocker habe ich mir gegönnt. Passt auf. Ich bin einfach, das ist einfach Gigolo Modus da. Den anders krassen Gigolo Modus. Passt auf. Hier kommen wir gleich mal hin. Wenn ich mal kein Bock mehr aufzocken. Ist das der G Modus oder ist das der G Modus? Seid mal ehrlich. Das kommt ganz krass. Ganz stilvoll auch. Ganz stilvoll. Guck mal, ist das stilvoll oder ist das stilvoll? Der sieht so krass aus, Alter. So, auch wenn wir uns mal hier Pause gönnen. Machen wir draußen ein Vlog auf Trick 17 Basis. Heute ist Donnerstag. Der Vlog 11 ist heute live gegangen und ich brauche mal eine kleine Pause. Ich zocke heute nicht. Leg mich einfach ins Bettchen heute. Und pendiger Geilerle. Guck mal, wo wir hier sind. Hier wird im Keller erstmal ausgeräumt. Guck mal, das ist weg. Das ist der alte Magdoracek. Man hat mal gebraucht, man weiß schon nie. Hauptsache Adiletten im Keller, du weißt. Das ist der Drip. Der Drip, Alter. Volles Gesicht. Ist kalt, bald. So, jetzt erstmal alles hier wegbringen. Jetzt füllen wir meine Adiletten. In der Rutsche läuft man nur mit Adiletten. Weil umgezogen sind wir schon. Umzugskartons brauchen wir erstmal nicht. Da brauchen wir nicht. Jetzt mal weg hier. Nur. Kann ich jetzt ausmachen? Nein, ich versuche es nochmal nur einfach reinpacken. Hier wird gar nichts ausgemacht. Gar nichts. So. Zwei. Acht. Da bin ich noch. Da. 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 Was geht? Was geht? Wisst ihr, was mir heute so aufgefallen ist? Ich schwöre, ich bin behindert, alle. Behindert. Ich hab mir so alte Vlogs von mal geguckt. Digga, also behindert kann man nicht sein wie ich. Ich hab einfach ne Behinderung, Digga. Aber Jungs, Blocklife. Seht ihr das? Blocklife. Das ist Blocklife überall. Hochhäuser. Hochhäuser. Mochhäuser. Blocklife. Crush Ice. Auch ganz wichtig. Zwei Eiswürfel. Gibst du den. Machst du hacken, trick, tack. So. Danach. Legt mein Handy so hier hin. Auf geschmeidig. Auf chillig. So. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Aber sollte man eigentlich. Uh, Baby. Wenn man hier so. Auch entspannt. Eine Mische so. Uh, ich seh nix, Allah. Ich seh nix, Allah. Jetzt hier gehen wir in die Stube, Allah. Guckt euch mal ins Head, aber wie krass das aussieht. Hat's schon was, ne? Die Leute, meine Nachbarn denken immer, hier ist Dings. Porn unterwegs. Aber guck mal, zack. Setz ich mich hier an mein Setup. Ich hab mein Setup noch nie richtig so gesehen, ne? Guck mal hier. Setup. Zack, hier die Kerne. Hier mein Monitor. Und hier chillig sich immer. Schwab alles, komm ruhig chillig. Ey Jungs. Ich hab vor meiner Schwiegermama Hühnersuppe gegessen, digga. Die war anders. So kürzer, so. Ich schwöre. Ich nehm grad den Schuss gehabt, die jetzt gleich kotzen, digga. Aber nicht ehrlich. Vorbei, digga. Ich bin dort. Wir kommen dann mal mal an den Schwenker, oder? Vielen Dank.